Hallo und willkommen zum Funke Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Was tun ist ein zentrales Werk der revolutionären Arbeiterbewegung. Es bildet eigentlich das Muster aus für revolutionäre Organisationen und ist daher verbleibenden Wert, obwohl natürlich einige Feature den spezifischen Bedingungen in Russland zu der Zeit entsprechen. Geschrieben wurde es 1901, parallel zur Herausgabe der ISKRA. Also während der Zeit, als Lenin die ISKRA vorbereitet hat, den Funke, hat er auch quasi dieses theoretische Unterfutter dazu geliefert. Und ich möchte gleich von vornherein sagen, dieser Workshop macht es nicht oberflüssig, das Buch selbst zu studieren. Das ist wirklich wichtig und ich gebe euch dazu einen Hack. Lest zuerst das Schlusskapitel, also dort wo Schluss steht. Und zwar weil Lenin hier die russische Arbeiterbewegung, die frühe russische Arbeiterbewegung periodisiert. Und das klärt einige Begriffe und einige Zeitungen und Pamphlete, die in was tun, die in was tun auseinander nimmt. Weil es ist eine Streitschrift zur Durchsetzung einer revolutionär-marxistischen Konzeption. Nicht nur der Praxis, sondern auch der Theorie. Ich möchte es gleich am Anfang sagen. Was tun wird oft quasi auf die praktischen Schlussfolgerungen reduziert. Aber es ist ein in sich geschlossenes, philosophisches System, das den Anspruch erhebt, dass die revolutionäre Arbeiterbewegung eine vollständig geschlossene, eigenständige Position hat in der Gesellschaft. Angefangen von der Philosophie in der Politik, aber auch von der Spontanität des Klassenkampfes. Das ist wichtig zu begreifen, dass man dieses Werk nicht auf die praktischen Schlussfolgerungen rein reduziert, sondern dass man diesen Anspruch, der hier erhoben wird, wirklich auch erfasst. Weil das ist das Zentrale, oder? Auch unserer Politik. Wir revolutionären Marxisten sind vollständig, politisch, philosophisch stehen wir auf eigenständigen Füßen. Und das muss begründet sein, in jedem Aspekt. Weil sonst können wir das Ziel der Machtübernahme der Arbeiterklasse nicht erfüllen, wenn wir einmal dem Modetrend, einmal dem gesellschaftlichen Druck und so weiter nachgeben. Und es ist gestern erwähnt worden, die IMT hat quasi die Verteidigung des Marxismus zum Mittelpunkt erhoben. Und unsere Feinde haben sich lustig gemacht über uns, als wir in den 90er Jahren ein Buch zur Naturwissenschaften, zur Physik herausgegeben haben. Bis heute ist das ein Argument, dass man hört, am Mayday die Antideutschen sind hergekommen und haben gesagt, ihr seid eine Sekt, ihr glaubt nicht einmal an den Urknall. Das ist wichtig zu verstehen. Tatsächlich, wir glauben nicht an die Singularität in der Physik, weil das komplett unwissenschaftlich ist. Aber diese Pseudolinken glauben einfach, das, was der Idealismus predigt oder einfach stimmen muss und befinden sich damit dann einfach schon philosophisch komplett auf dem Boden der Bourgeoisie, was sich dann auch in all ihrem Tun ständig reproduziert. Schauen wir die Israel-Palästina-Frage an, wo sie nur irgendeinem Trend in der Bourgeoisie nachrennen. Die meisten dem Reaktionärsten im israelischen Staatsapparat. Und das ist ja wichtig zu verstehen, was Tun diesen allgemeinen Ansatz ausdrückt und die praktischen Schlussfolgerungen daraus zieht, dass man so an dieses Werk herangeht. Also, aber um quasi das zu erfassen und dass man sich nicht distracten lässt, weil verschiedene Zeitungen, russische Namen und so weiter genannt werden, lest zuerst das Schlusskapitel so, dass euch das nicht ablenkt. Weil es ist eigentlich recht bedeutungslos, wie viele Erscheinungen der Arbeiterbewegung werden sie völlig in der Geschichte vergessen worden, wenn nicht die revolutionären Marxisten dagegen polemisiert hätten. Ich meine, wer würde einen Düring heute kennen, wer würde eine Rabotschka Misil oder eine Rabotschka Dieler heute irgendwie kennen, wenn nicht Lenin, Marx etc. dagegen polemisiert hätten, um einen klaren revolutionären Trend in der Arbeiterbewegung durchzubringen. Also lasst euch davon nicht verwirren, sondern hakt es einfach ab, indem ihr das Schlusskapitel zuerst liest. Wie alle Werke des Marxismus ist die Theorie eine Verallgemeinerung der Praxis, um eine neue Praxis zu etablieren, um aufgeworfene politische, philosophische, praktische Probleme zu bewältigen. Jedes Werk der großen Meister, der Giganten, auf den wir unsere Tradition begründen, ist so aufzufassen. Es ist quasi eine Zweckliteratur, die aber gar nicht oberflächlich ist, sondern ganz im Gegenteil. Das ist wichtig zu verstehen, weil wenn wir heute lesen, Marx, der Philosoph und der Ökonomiker, der Ökonome und die Kapö wünscht dem großen Ökonomen und Philosophen Marx alles Gute zu Geburtstag und so, dann weiß man, dass sind Reformisten, weil das waren alles Kämpfer und und ihre ganzen theoretischen Studien waren nur dazu gedacht, die Praxis der Arbeiterbewegung nach vorne zu bringen, das Ziel der Machtübernahme vorweg zu nehmen, um dieses allumfassende eigenständige System zu etablieren. Das ist wichtig zu verstehen. So, und auch für uns ist es hilfreich, zu verstehen, in welcher historischen Epoche was tun geschrieben worden ist. Weil, wenn auch der Marxismus allmächtig ist, weil er wahr ist, dürfen wir ihn trotzdem nicht ahistorisch verstehen. Weil es auch hilfreich ist für das Verständnis und weil es uns erlaubt, das mit unserer eigenen Praxis zu überschneiden. So, was ist jetzt die Geschichte des Marxismus in Russland? Lenin sagt, es gibt drei Perioden des russischen Marxismus und das Buch ist geschrieben, um die vierte einzuleiten, nämlich die Herausbildung einer gesamtrussischen Kampfpartei. Was sind irgendwie die Schritte davor? Er sagt, es ist die Periode von 1894 bis 1895, die Phase wo, ich sage immer Kommunismus. Lenin verwendet meistens fast immer den Begriff der Sozialdemokratie, aber dieser Begriff hat heute eine andere Bedeutung. In dieser Zeit schlagen Theorie und Programm des Kommunismus, des revolutionären Marxismus erste Wurzeln in Russland. Also Mitte der 1880er bis Mitte der 1895er Jahre. Man kann die Träger dieser revolutionären Gedanken wirklich in einer Hand abzählen. Im besten Fall ein paar Dutzend. Und der Kommunismus existiert hier noch ohne Arbeiterbewegung. Es gibt in Russland noch keinen Klassenkampf. Noch nicht einmal sehr viel Industrie in Wirklichkeit. In dieser embryonalen Phase entwickelt sich also die Idee des Kommunismus getrennt von der Arbeiterklasse. Und die wichtigste Figur hier ist Blechanow. Quasi der Gottvater, der Übervater des russischen Marxismus, der aber sehr, sehr bald eigentlich im Exil ist. Weil in Russland herrschen die Bedingungen der Selbstherrschaft. Das ist das rückständigste Land, auch politisch enorm repressiv. Und Lenin ist sehr früh Teil dieser Szene. Er ist 1870 geboren. Wie soll ich sagen? Die gesellschaftliche Gärung findet schon über das 19. Jahrhundert hinweg immer wieder einen Ausdruck. Und es ist insbesondere das Volkstümlertum und der Terrorismus, also die direkte Aktion, hauptsächlich getragen von revolutionären Studenten, die bereits als politisch revolutionäre Kraft vorhanden sind. Es sind extrem mutige Leute und hier bewahrheitet sich eine gesamthafte Lehre, dass die Gärung unter den Intellektuellen in der Jugend immer größeren Prozessen in der Arbeiterklasse vorangeht. Das war auch in Russland des 19. Jahrhunderts so. Terrorismus war der greifbarste Ausdruck davon. Aber diese Jugend war auch sehr davon geprägt, ihr eigenes Leben zu verändern, die menschlichen Beziehungen irgendwie zu ändern. Sie haben Lesekreise gegründet und so weiter. Und als sie dann in die politische Aktivität getreten sind, lautete die Parole hin zu den Bauern, also hin zum Urtümlichen. Prägend für das Lebensgefühl dieser revolutionären Jugend ist ein Roman von Nikolai Czerniszewski, den er 1862 irgendwie schreibt. Und dieser Roman lautet eben, was tun. Das heißt, Lenin nimmt quasi diesen Topos auf. Czerniszewski ist ein utopischer Sozialist und ich möchte kurz über diesen Roman reden. Und seine Titelheldin ist die Vera Pavlovna, eine junge Frau aus einer halb wohlhabenden Familie, die zwangsverheiratet werden soll oder quasi eine arrangierte Ehe eingehen soll. Und sie will das nicht und sie bricht irgendwie aus aus dieser Familie und gründet dann eine Kommune. Und noch eine Kommune, basierend irgendwie auf Schneiderei. Sie verändert einfach ihr Leben und es treten verschiedene Charaktere auf in diesem Roman. Rachmetov, Kryzanov, Lobukov und die verschiedenen philosophischen Trends in Russland dieser Zeit repräsentieren. Und diese Pavlovna führt halt ein selbstständiges Leben ökonomisch, dann aber auch in all ihren menschlichen Beziehungen. Es ändert dann in einer Melange à Kater. Also sie wollen die bürgerliche Familie irgendwie zu einer Viererbeziehung. Und diese Vera Pavlovna träumt und führt Diskussionen. Und sie träumt von einer, von gesellschaftlichen Utopien in einer, ja, in einer, eines Russlands von Kommunen und freien Beziehungen. Also das waren so die utopisch-sozialistischen Vorstellungen. Und dieser Roman war ja enorm irgendwie prägend. Und es ist interessant, also wenn man diesen Roman kennt und was tun liest, Lenin macht ständig Anspielungen auf diesen Roman. Und versteckte und offensichtliche. Er sagt zum Beispiel, jeder Traum, den man hat, ist gut als Revolutionär, solange er nur einen Bezug zur Realität hat. Solange, also man sieht, es ist eigentlich ein sehr romantischer Zugang, obwohl es eine harte Polemik ist. Aber ich schildere das aus zwei Gründen irgendwie. Weil Lenin war von diesem Roman, wie auch Marx und Engels, die diesen Roman auch gelesen haben, enorm irgendwie begeistert. Zwei Punkte irgendwie dazu. Es ist sehr charakteristisch irgendwie für Lenin, weil sie erscheinen irgendwie neue Biografien und so. Und Lenin wird immer als machthungiges Monster dargestellt. Und was tun ist, das ist ein zentraler Baustein irgendwie in dieser bürgerlichen Darstellung. Aber in Wirklichkeit war er ein sehr feinfühliger Mensch, sehr kultiviert. Und in Wirklichkeit auch persönlich enorm verletzlich. Also auch die politischen Feinde, mit denen er polemisiert, kümmert sich um sie eigentlich. Also vor allem mit Martoff, mit dem er dann bricht. Er war eigentlich ein sehr feinfühliger Mensch. Aber er war komplett kompromisslos, was politische Prinzipien irgendwie betrifft. Und das macht ihn so ungenießbar für die Bürgerlichen und das macht Lenin für uns so wichtig. Aber wir müssen auch was lernen quasi aus seinem Zugang zu Kultur und zu menschlichen Beziehungen an sich. Nicht jener ist der beste Kommunist, der irgendwie der härteste ist sozusagen in der persönlichen Beziehung. Und das zweite Tschernitschewski, das ist eben nicht nur ein Buch, sondern gibt einen sehr guten Einblick in dieses Milieu, die Ideen und die Praxis, in denen diese Zirkel der russischen Sozialdemokratie aufgewachsen sind. Noch völlig losgelöst von einer Arbeit, die nicht stattgefunden hat. So, das ist irgendwie die Vorperiode und die erste Periode. Dann, was passiert Mitte der 1890er-Jahre? Die russische Arbeiterbewegung erwacht. Er erwacht zu spontanen Kämpfen, Massenkämpfen in den Industriebetrieben. Und die Sozialdemokratie, der Kommunismus wird zu einer gesellschaftlichen Bewegung. Er bricht aus aus diesen Zirkeln. Er hat auf einmal eine Materie, mit der er interagieren kann. Das führt zu einer Hinwendung zur Arbeiterklasse, weg von der Romantisierung und der Bauernschaft. Und es strömen viele neue junge Leute in den Kommunismus. Lenin sagt, wer 35 war, galt schon als Veteran der Bewegung. Es waren hauptsächlich Teenager, 20-Jährige und so, die hier in den Kommunismus hineinströmen. Der Terrorismus ist weiter präsent, aber nicht mehr so zentral, sondern zentral wird die Agitation unter Arbeitern, die diese jungen Leute machen. Und Lenin beschreibt sie, sie haben keine Schulung und so, sie machen einfach nur Action. Sie wollen einfach nur endlich jemand da, der einen Ansatzpunkt liefert, die Verhältnisse umzubringen. Führt wie zu einer Anbetung der Arbeiterklasse in dieser Jugend. Und er sagt, das theoretische Niveau ist extrem niedrig. Klar, wo soll sie irgendwie herkommen? Weil der wissenschaftliche Marxismus wurde nur in sehr, sehr kleinen Zirkeln davor diskutiert und die führenden Leute sind im Exil. Es findet also alles irgendwie so parallel statt. Vielleicht ein paar kurze biografische Hinweise zu lehnen. Er maturiert 1897, nur drei Tage nachdem sein Bruder hingerichtet worden ist, der Teil der Terroristen war. Er schafft dann an die Universität irgendwie zu kommen, wird dort aber nach wenigen Monaten exmatrikuliert, ausgeschlossen ins Exil. Und zwar warum? Weil er eine Zeitung herausgeben möchte. Geht nach Sibirien und ist irgendwie diese Phase eigentlich schon im Exil in Sibirien. Also er ist losgelöst davon. Verfolgt das quasi aus der Ferne, was hier in den Arbeitszentren besteht. Und wirkt organisierend. Schaut, dass er alle Literatur kriegt, die nur geht. Und er schafft es dann. 1900 läuft seine Verbannungszeit ab. Geht kurz irgendwie nach Petersburg, um zu schauen, was dort läuft. Weil er hat dort auch einen Arbeiterklub 1893 mitgegründet. trifft sich mit zwei, drei Mitstreitern und geht dann ins Exil. Nach Genf die nächsten Jahre. Das ist also im gleichen Jahr, wo dann schon am Ende des Jahres die Iskra entsteht. Also er ist sehr, sehr tatkräftig. Er nutzt irgendwie diese... Tut nicht Däumchen drehen irgendwie in Sibirien. Und vielleicht auch charakteristisch für diese Epoche Trotsky, der neun Jahre jünger ist. Und in Südruh, also in der Ukraine, also Nikolaev aktiv ist. Trotsky wird ungefähr mit 15 politisch aktiv. Schließt sich auch dort dem Arbeiterzirkel an. Geht als 19-Jähriger das erste Mal in Knast. Und anschließend in die Verbannung. Und im Gegensatz zu Lenin wartet er nicht darauf, bis die Verbannung abläuft. Sondern es juckt ihn so aus den Fingern. Er flieht und geht nach London, wo Lenin mittlerweile ist. Und wird dann auch Mitarbeiter der Iskra, der den Lenin gründet. Ende des... Also ja, zwei Jahre davor. Und dann kommt die dritte Phase. Des russischen Kommunismus. Denen bezeichnet es die Periode der Zerfahrenheit, des Zerfalls und der Schwankungen in der Bewegung. Es ist so, die Arbeiterbewegung drückt weiter nach vorne. Es gibt immer wieder Streikwellen. Auch regionale Unruhen und so weiter. Aber diese Zirkel, die hier emporgesprungen sind, sind quasi ihre Unerfahrenheit, die Anbetung der Spontanität und das mangelnde theoretische Verständnis. Aber auch, das ist ein dritter wichtiger Faktor, Einflüsse, theoretische Einflüsse vom entstehenden Reformismus in Westeuropa, machen die Sache irgendwie extrem konfus. Die verschiedenen kommunistischen Zirkel zerfallen in verschiedene Richtungen, während die Bewegung an sich, die Bewegung der Arbeiterklasse weiter nach vorne geht. Und nicht nur die Arbeiterklasse, sondern auch eine neue Gärung an den Universitäten stattfindet. Eine demokratische Gärung, wie Lenin das irgendwie charakterisiert. Und Lenin beschreibt dann, dass die bewusst, also ich tue paraphrasieren irgendwie was zu tun, dass das Bewusstsein dieser kommunistischen Zirkel vor dem Ausmaß und der Kraft der spontanen Bewegung kapitulieren. Und ein theoretischer Einfluss, der das eben unterstützt, ist die sogenannte legale marxistische Literatur. Weil für die Selbstherrschaft, für das Zahntum, waren die Terroristen das große Problem. Weil das waren wirklich mutige Leute, die haben nicht symbolische Sachen gemacht, sondern die haben wirklich Vertreter der herrschenden Klasse gekillt. Und sind der Reihe nach aufs Schafott gegangen irgendwie dafür. Das heißt, als ein neuer oppositioneller Trend entstanden ist, der sich scheinbar nur mit Theorie beschäftigt oder so, waren die Zaristen eigentlich froh irgendwie, dass die Leute mit etwas anders beschäftigt sind, wie die Herrschenden zu killen. Daher gab es in dieser Zeit eine Phase, wo man marxistische Bücher legal publizieren durfte. Das war natürlich eine Täuschung, glücklicherweise. Von der Seite der Zaristen. Aber diese Literaten passten sich tatsächlich an die Zensur an, aber auch passten sich an die Liberalen an. Die anfangen quasi, ja, wie in vielen rückständigen Ländern bis zum heutigen Tag, übt der Marxismus auch für Bürgerliche einfach eine Anziehung aus. Und das war die Literatur, die diese Arbeiterzirkel, diese kommunistischen Zirkel bekommen konnten. Und die waren wiederum geprägt davon, dass in Westeuropa der Reformismus zu einer deklarierten politischen Strömung wird. Nicht nur praktisch, Milleron in Frankreich und so, der dann bald in die Regierung geht, sondern Bernstein vor allem. Also dieser rechte Flügel der deutschen Sozialdemokratie, der wird so zum Orientierungspunkt vieler in diesen Arbeiterzirkeln. Weil, was sagt Bernstein? Die Bewegung ist alles, das Ziel ist nichts. Das passt voll überein mit dieser Spontanität der Klasse und dass man halt der Klasse hilfreich irgendwie ist. Genau. Und Lenin beschreibt dann, dass diese Leute dann diese Kombination ihrer praktischen Handwerkelei und eines theoretischen Ekilektizismus, Freiheit der Kritik, kein Schlagwort irgendwie bis heute, quasi zum politischen Programm machen. Jede neue Idee beschreibt Lenin, die irgendwo daherkommt, was irgendwie modisch ist, wird irgendwie eklektizistisch in Philosophie und Politik dieser Arbeiterzirkel und der Intellektuellen eingebaut. Aber in Wirklichkeit sagt Lenin, was wir damit produzieren, ist eine Nachtrabpolitik. Weil, wenn man den Dingen nicht vorausschaut, wenn man sie nicht tief vergründet, dann ist man immer der Spontanität ausgesetzt. Also die Handwerkelei, die am Anfang notwendig war, also dass man Flugblätter produziert und so, dass man lokal agiert und so, wird zum Credo, zum Glaubenssatz irgendwie erhoben. Dass man es immer irgendwie so tun muss, dass es kein bewusstes Element gibt, dass diese Arbeiterbewegung befruchten, zentralisieren zu einem gemeinsamen politischen Ziel irgendwie vereinen soll. Alle diese Sachen spielen da hinein. Und er sagt, der wissenschaftliche Sozialismus, der Marxismus, hört damit auf, in Russland eine einheitliche revolutionäre Theorie zu sein. Sondern es wird so eine Mischmasch, wo man nach freien Ermessen dies oder jenes tut, dies oder jenes argumentiert und so weiter. Und er sagt, die Idee der Partei, weil er wird eigentlich nicht mehr begriffen als Aufforderung zur Gründung einer Kampforganisation, sondern wie der Lenin sagt, die Idee der Partei rechtfertigt den revolutionären Kanzleibürokratismus und das kindische Spiel mit demokratischen Formen. wird also völlig seines Sinens enthoben. Ich rede hier das erste Mal von Partei. Es ist tatsächlich so, dass 1898 im März offiziell diese Arbeiterzirkel eine Partei gründen. 1898 ist der Gründungsprozess des russischen Kommunismus. Neun Delegierte haben sich getroffen in Minsk, in Weißrussland. Und es waren Vertreter von Arbeiterzirkel aus Moskau, Kiew, Petersburg und Jaroslav. Die Arbeiterzirkel von Odessa und Nikolaev, also Südukraine, dort wo der Trotski aktiv war, waren nicht eingeladen, genauso wie die Union der Auslandsozialdemokraten, das war Blechanow, aus Sicherheitsgründen. Das hat sich als richtige Entscheidung irgendwie herausgewiesen, weil diese südrussische Arbeitergruppe wurde, ja, wenige Wochen später wurde Trotski irgendwie verhaftet und die anderen Führer dieser Bewegung. Plus zwei Vertreter des Bundes. Der Bund ist eine jüdische Arbeiter- oder Handwerkerorganisation, die die stärkste zusammenhängende Organisation gehabt hat in über 15 Städten, vor allem Westrusslands, heutiges Polen, Ukraine, Weißrussland, Paltikum und so weiter. Über diesen Minsker Parteitag kann man nicht viel sagen, weil es gibt keine Protokolle irgendwie davon und man muss dazu sagen, dass fast alle Delegierten, fast alle Neuen unmittelbar nach dem Parteitag inhaftiert worden sind. Also es hat praktisch nichts gelöst. Aber was dieser Parteitag gemacht hat, ein Zentralkomitee mit drei Leuten irgendwie zu wählen und sie haben gesagt, wir geben eine Zeitung heraus, die Rabotschner am Isil. Und das hat aber, weil alle Versuche, eine Zeitung herauszugeben, sofort zerschlagen worden sind, hat man gesagt, dass der Bund, der Auslandsbund, die Zeitung im Ausland produzieren soll und nach Russland irgendwie schmuggeln soll. So, darum, das ist der Übergang vor der zweiten zur dritten Periode, dieser Parteitag, der formell das Ganze auf eine höhere Ebene, aber in der Praxis gar nichts löst, sondern in Wirklichkeit Beschlüsse fasst, die man nicht exekutieren kann. Eine zweite Konferenz, die stattfindet im gleichen Jahr, ist die Konferenz des Auslandbundes. Und im Auslandsbund stellt sich so dar, dass es zwei Komponenten gibt. Einerseits gibt es Plechanow, Zasulitsch und andere, diese Veteranen irgendwie der Bewegung, die in der Schweiz sind, in Genf. Und es strömen immer mehr junge Aktivisten aus Russland irgendwie her, die geprägt sind von diesem Praktizismus oder wie es der Lenin nennt als politische Erscheinung vom Ökonomismus. Also die einfach Anbieter des spontanen Kampfes der Arbeiterklasse sind. Und das führt zu einem enormen Clash zwischen den quasi den alten Kommunisten und den also den alten revolutionären Marxisten und den jungen Kommunisten. Und die brechen dann bald, wobei es die Alten sind, die quasi die orthodoxe Position einhalten. Und jetzt stellt sich die Frage, wer diese Zeitung irgendwie rausgibt, die Rabotschka Misil. Und das ist die Mehrheit quasi. Das sind die jungen Praktikos. Und das, was tun, ist hauptsächlich eine Polemik gegen diese Rabotschka Misil, gegen diesen reformistischen Trend. Und die Zeitung erscheint 1891 bis 1902. 1900 und Plechanov ist komplett isoliert. Also die alten orthodoxen Marxisten sind komplett isoliert. Von Russland im Ausland und so weiter. Und dann kommt dieser Lenin her und gemeinsam mit Potrassev und Martov kommen aus Russland daher und sagen, Georgi, machen wir eine gesamtrussische Zeitung. Und das war eine extrem schwierige Sache. Der Plechanov war wirklich eine schwierige Person. Und Lenin ist extrem unterwürfig. Und das charakterisiert Lenin wirklich nicht die Unterwürfigkeit. Aber, wie soll ich sagen, was macht Lenin? Geht er ins Exil und macht er einfach irgendwas anderes oder was Eigenes? Gründet die siebte Arbeit der Zeitung, die es irgendwie gibt? Na, er versucht irgendwie alle gesunden Kräfte zu vereinen. Und er macht es, indem er mit Plechanov und seinen Leuten versucht, diese Zeitung irgendwie rauszugeben. Das ist ein wichtiges Prinzip, das, egal ob man Einheitsfront, Linksradikalismus oder der Gründungsprozess irgendwie von der Iskra, Lenin versucht immer, eine prinzipielle Einigkeit in der Avantgarde herzustellen. Nicht sein eigenes Ding zu machen. Er arbeitet immer mit dem Stoff, der da ist. Das ist ein wichtiges Prinzip. Kommunismus ist nicht die Selbstdeklaration. Es ist die Auseinandersetzung mit der realen Situation der Bewegung an sich. Und, dass man praktische Möglichkeiten sucht, hier die eigene Position zu befestigen, indem man quasi zu den richtigen Punkten Einheit und bei den richtigen Punkten irgendeine politische Spaltung und Eigenständigkeit gegeneinander abwägt. Aber nochmal der letzte Gedanke, um das klarzumachen, wie die Route russischer Kommunismus ausschaut zu der Zeitung. Es handelt sich um ein paar hundert Aktivisten, die auf ein paar tausend Arbeiter einen mehr oder weniger systematischen Einfluss ausüben. Das ist nicht so weit weg von dem, wo wir heute sind. Und wir sind in Wirklichkeit viel, viel weiter, weil wir politisch komplett kohärent sind. Was hier gar, gar, gar nicht der Fall war. Das war ja gerade die Aufgabe, die zentrale Idee der ISKRA. Dass man einen klaren Gedanke in die Bewegung einführt und entlang von dem organisiert. Und diese kommunistischen Zirkel in Russland haben einen komplett sporadischen Charakter aufgrund der Unterdrückung. Also ein politischer Aktivist war circa so drei bis sechs Monate aktiv, bis ihn die Polizei geschnappt hat. Und einige dieser Zirkel, die stärkeren Zirkel, sind dazu übergegangen, nicht nur sporadische Flugblätter zu machen, sondern eine Zeitung zu produzieren. Und Lenin rechnet vor, dass in dieser dritten Periode von 1895 bis 1900 insgesamt 33 Ausgaben von lokalen Zeitungen produziert worden sind, in sechs verschiedenen Städten. Und er macht eine einfache Rechnung. Er sagt, 33 durch sechs dividiert durch zweieinhalb Jahre bedeutet, dass jeder Arbeiterzirkel im Durchschnitt jedes halbes Jahr es schafft, eine Zeitung rauszugeben. Und er sagt, das ist völlig ungenügend. Das ist mit einer Zeitung jedes halbe Jahr kann man keinen systematischen Einfluss auf die spontane Arbeitbewegung ausüben. Das ist ein logischer Gedanke. Und er argumentiert, wenn wir stattdessen eine zentrale Zeitung hätten, dann hätten wir mindestens 60 Ausgaben oder 100 Ausgaben irgendwie rausgeben können. Das ist viel effizienter. Er sagt, es wäre auch politisch, hätten wir ein viel hochwertigeres Material rausgeben. Wir könnten, weil wir auch Spezialisten haben, weil man kann eine Bewegung, wo quasi ein Turnover von einem halben Jahr, stellt euch vor, ihr seid ein halbes Jahr dabei und müsst schon die Zeitung rausgeben haben. Man schafft es nicht irgendwie auf ein gutes Niveau irgendwie kommen. Man ist quasi zu Spontanität gezwungen. Man ist quasi gezwungen, das aus der Bewegung aufzunehmen und zu reproduzieren. Weil es keine geschulten Leute gibt, die spezialisierte Artikel zum Beispiel irgendwie schreiben können. Und er sagt, würde es der Arbeiterbewegung nicht sehr viel mehr Bewusstsein über ihre Lage geben, wenn ein Arbeiter in Moskau einen Bericht von einem Arbeiter in Odessa liest und drauf kommt, dass sie die gleichen Probleme haben? Würde das nicht das Bewusstsein irgendwie steigern und auch internationale Artikel hat? Würde das nicht das Bewusstsein dieser Bewegung stärken und festigen, wenn man wüsste, dass man Teil einer Gesamtbewegung ist, in Gesamt Russland, einer Gesamtbewegung, einer internationalen Bewegung. Und das ist wichtig, auch in der Hinsicht, weil die Anbieter der Spontanität, die eine Mehrheit haben in den Arbeiterzirkeln, sie sagen, wir müssen die Sachen lokal machen, weil das ist das, was die Leute interessiert. Welchen, in welcher Fabrik war ein Streik? In welcher, die Arbeiter in welcher Fabrik haben welchen Vorarbeiter zusammengeschlagen und so. Und das sind die Sachen anhand dessen sich die Leute irgendwie politisieren, aufregen, mobilisieren und so. Und er sagt, erstens stimmt das irgendwie nicht, weil unsere Aufgabe ist, das Bewusstsein irgendwie zu heben und nicht nur über spontane Sachen irgendwie zu berichten. Und zweitens sagt er, wenn man eine Zeitung nur zweimal im Jahr rausgibt, dann könnte sie euren Anspruch rein praktisch gar nicht gerecht werden, was ein wirklich unwiderlegbares, logisches Argument ist. Aber trotzdem, als es Lenin irgendwie geschafft hat, diese Iskra herauszugeben, war die Mehrheit in den Arbeiterzirkeln enorm skeptisch, was eigentlich hier daherkommt. Das Motto war, das gleiche Motto, das wir bis zur letzten Ausgabe gehabt haben, der Funke wird ein Feuer entfachen und das auch wieder eine Gedichtseile. Egal. Unter der Redaktion von Lenin schafft er es, die Iskra einmal im Monat rauszugeben, dann sogar zweimöchentlich mit einer Auflage bis zu 30.000 Stück. Wobei man dazu sagen muss, dass die Mehrheit davon wahrscheinlich nicht in Russland angekommen ist. Also das ist wichtig zu verstehen. Ich glaube, man könnte Abenteuerromane darüber schreiben, wie diese Zeitung in Russland geht, teilweise sogar über Ägypten, der Hauptbalk über Ostdeutschland, über Schweden in Heringsfässern, in Toffern mit doppelten Böden, Frauen, die sich in die weiten Röcke gesteckt haben. Aber es ist wirklich so, dass dieses Zentralorgan zu einer politischen Homogenisierung und zu einer Klarifizierung führt in Russland. Ich gebe aber noch einen Tipp, um wenn ihr das Buch lest. Weil die Hauptpolemik ist gegen den Ökonomismus gerichtet. Was ist der Ökonomismus? Der Ökonomismus ist all das, was ich hier beschrieben habe. Quasi die Anbetung irgendwie der Spontanität der Arbeiterklasse. Und zwar in erster Linie zu dem Zeitpunkt, wo die Arbeiterklasse nach vorne drängt, wo es Streikquellen gibt und so. Quasi die Anbetung irgendwie des Streikes als zentrales Mittel. Aber wenn die Arbeiterklasse niedergeht, kann das auch schiften mit einer Bewunderung durch das Terrorismus. Es ist eigentlich die gleiche philosophische Basis, dass die Arbeiter mit keinem eigenen System in die Bewegung intervenieren. Also was halt irgendwie so daherkommt. Und von der politischen Ableitung ist es so, dass diese Ökonomisten davon ausgehen, dass eigentlich die Arbeiter nur an der Verbesserung ihrer Lebenssituation interessiert sind. Dass man Arbeiter nur dafür gewinnen kann, für den Kampf für eine Verkürzung der Arbeitszeit oder für höhere Löhne oder für bessere Arbeitsbedingungen. und das führt dazu, dass die politische Ebene quasi uninteressant ist für diese Leute. Einige Ökonomisten bringen das sogar auf den Punkt, die sagen, die Politik überlassen wir den Liberalen. Wir kämpfen, wir kämpfen, wir kümmern uns nur um die Bread and Butter Issues. Weil das ist dort, wo die Arbeiter irgendwie spontan andrücken. Aber das führt natürlich zu einer reformistischen Anpassung irgendwie per se. Es ist irgendwie voll logisch, oder? Erstens, wenn man die Politik den Liberalen überlässt. Aber andererseits, die Arbeiter gehen ja nicht in die Fabrik, um die ganze Zeit zu kämpfen, sondern um ihr Leben zu machen. Und um in Kontakt zu bleiben mit der Arbeiterbewegung ist es so, dass die Ökonomisten dann anfangen, greifbarere Forderungen zu formulieren. Während in der internationalen Arbeiterbewegung ein Kampf um den Acht-Stunden-Tag geführt wird, ist es zum Beispiel so, dass am 1. Mai, ich glaube 1900, die Ökonomisten den Slogan des Zehneinhalb-Stunden-Tages aufstellen. Also, in Russland. Weil sie sagen, wir müssen unmittelbare Forderungen, um diese Mobilisierung ständig aufrechtzuhalten. Also man sieht, wie quasi aus zwei Ecken quasi dieser Ökonomismus gleichbedeutend ist mit Reformismus in jeder Hinsicht. Und der Lenin sagt umgekehrt, man muss irgendwie das Bewusstsein geben. das ist das Zentrale von allem. Und wir können die politische Sphäre gar nicht auslassen. Wir brauchen eine allseitige, eigenständige Position der Arbeiterklasse, wird dann uns auf keinen Fall die Politik den Liberalen überlassen. Und ich gebe euch einen Tipp. Man kann, wenn man was tun lässt, Ökonomismus zum Beispiel ersetzen durch Encampments. Es funktioniert wirklich, weil es ist keine zufällige Erscheinung. Wenn man keine eigenständige Theorie und Praxis hat und das eigenständig vertritt in der Bewegung, wird man immer auf die Ebene der Verbesserung auf Basis des Existierenden, auf Basis des Kapitalismus zurückgerufen werden. Und es sind die gleichen Erscheinungen und Überlegungen, die hier Platz greifen. Zum Beispiel, das sind alles Polemiken, die Lenin hier in was tun führt. Er sagt, die Ökonomisten durch dieses Spontanitätsprinzip, durch diese Handwerkelei, durch diese ständige Improvisation, geht enorm viel Zeit verloren. Und er schildert, in all diesen Arbeiterzirkeln, die ökonomistisch arbeiten, herrscht eine Stimmung vor, wir sind zu wenige. Und es ist klar, wenn man ein Zirkel ist, wenn man keine Brücken baut, politisch zu der Klasse, wenn alles chaotisch und willkürlich ist und spontan und nicht mit einem klaren politischen Gedanke und mit einer klaren politischen Praxis herangegangen wird, dann, wenn alles, sprich, wenn alles improvisiert werden muss, dann ist man immer irgendwie zu wenig. Und das führt dann auch zu einer zu einer dementsprechenden Mentalität, oder? In diesen Encampments. oder, was in diesen Zirkeln vorherrscht, das umfassende demokratische Prinzip. Da werden Statuten entworfen, wahnsinnig demokratische, aber in Wirklichkeit ist die Selbstherrschaft von Zirkeln, also von Individuen, von informellen Gesprächen, weil es ist irgendwie genau das Gleiche. Und andere praktische Sachen, Lenin sagt, wie viel Information geht verloren? Wir sind gar nicht anschlussfähig. Lenin zitiert einen Fabriksinspektor und sagt, äh, einen Fabriksinspektor, der im Arbeiterzirkel Informationen gibt, aus dem Management der Firma, und, was die vorhaben und tun. Und, nachdem dieser Fabriksinspektor das monatelang irgendwie tut, und das ist ein, in Wirklichkeit ein Polizist, nachdem der übergeht, und nichts passiert, versucht er zu Lenin durchzukommen und sagt, kommt diese Information überhaupt irgendwo an? Wird das überhaupt irgendwo verarbeiten? Nein, wird es nicht, irgendwie mit dieser Methode, äh, äh, des Zirkes, et cetera. Äh, bis hin zu kulturellem Gehabe, also, ja, whatever. Äh, und Lenin sagt, wir brauchen keine Pädagogik gegenüber den Arbeitern. Wir brauchen, äh, er sagt, Pädagogik ist sogar, äh, reaktionär. Er sagt, was wir brauchen, ist eine sachliche, effiziente Organisation, um das, äh, um all das zu überwinden, um die Arbeiterbewegung nach vorne zu bringen. Und, wir brauchen, und die sachliche, effiziente Organisation wird gebildet, um die Herausgabe des Zentralorgans. äh, das ist voll, voll wichtig, das, das ist kein, ex machina Idee, die irgendwo her sagt. Er sagt, allein, die Herausgabe eines Zentralorgans erfordert, dass in der Praxis all diese Erscheinungen überwunden werden. Alleine dadurch, dass Genossen miteinander in Kontakt sind, äh, äh, über Stadtgrenzen hinweg oder über Bezirksgrenzen hinweg, über Fabriksgrenzen hinweg. Alleine dadurch, dass sie materiell miteinander kooperieren, entsteht, ist schon die materielle Basis dafür geliefert, dass man, äh, eine, äh, eine Kampforganisation herausbildet, die einen gesamtrussischen Charakter, äh, hat. Wenn man sich das konkret überlegt, oder? Man muss irgendwie die Zeitung drucken. Dazu braucht man einen Apparat. Man muss sie, man braucht ZO-Agenten, wie er das nennt. Leute, die die Zeitung vertreiben, die Berichte einsammeln, die das zurückbringen ans Zentrum. Das Zentrum muss das irgendwie auswählen. Da muss, das Geld muss eingesammelt werden. Das heißt, alleine die Herausgabe einer, einer gesamtrussischen Zeitung bedeutet, die heraus, äh, die heraus, äh, ähm, einer gesamtrussischen revolutionären Organisation. Kurzer Hinweis. Und das ist wirklich eine Trennlinie. Zum Beispiel, der Funke steht jetzt, wirklich, wir wollen in die Position kommen, in direkter Konkurrenz zur KPÖ zu kommen. Nicht auf Wahlebene, aber wir wollen das K reklamieren, den Kommunismus in Österreich. und wie jede kommunistische, äh, jede reformistische Organisation, möchte ich euch darauf hinweisen, die KPÖ ist nicht fähig, ein Zentralorgan herauszugeben. Was ist die KPÖ? In Wirklichkeit eine Sammlung von Zirkeln. Da gibt's eine Bezirksgruppe, die anarchistisch ist, eine rechtsstallinie, linksstallinie ist, andere wollen, keine Ahnung, sind wirklich Grüne, oder whatever. Und die könnten, die sind politisch so schwach, sie könnten, wenn die KPÖ eine Monatszeitung rausgeben würde, oder eine Wochenzeitung rausgeben würde, es würde permanent politische Streitereien geben. Es ist, sie kann das, äh, äh, gar nicht machen. Und die Lösung davon ist, was all diese, äh, unterschiedlichen, äh, politischen Ideen zusammenhält, ist, dass sie nur eine Praxis gemeinsam entwickeln können. Nämlich der Praxis des Wahlantrittes, um, gemeinsam, damit all diese verschiedenen Strömungen irgendwie eine Repräsentation finden, in den bürgerlichen Gremien und so finanziert werden. Intern wird das übrigens so argumentiert sogar. Man muss unbedingt ins Parlament, damit man die Häuser, die man hat, reparieren kann, äh, restaurieren kann. Das heißt, unabhängig von Wahlerfolg, kann eine, unabhängig von der Wahlebene, von diesen Institutionen, können diese Reformisten gar keine unabhängige politische Existenz, äh, haben. Und, was ist das politische Resultat? Die völlige, äh, Anpassung, äh, an die Liberalen, oder? Warum, warum, warum traut die Kautikapö sich nix, sozusagen, zum Ukraniki, nix zum Gaza-Krieg? Projiziert die irgendwie die Riesereelfahne aus Grazeratus. Warum? Weil ihnen die Redaktionen gesagt haben, wenn's dir's nicht tut, dann schreiben wir euch nieder. Dann kommt sie irgendwie nicht ins Parlament, weil Medien haben irgendwie viel gemacht, und dann werden sich eure Probleme auftürmen. Daher ein Zentralorgan, das uns zwingt, ständig eine, eine kollektive, politische Position einzunehmen, die praktisch in die Bewegungen zu, äh, zu tragen, das zu finanzieren, die Beiträge einzusammeln, wieder zurückgeben in die Bewegung, das allgemeine Niveau heben. Nur so kann man eine revolutionäre, äh, äh, Organisation, äh, äh, herausbilden. Und nicht anders. Aber das Ziel dieser Diskussion ist, dass jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein Agent dieses Zentralorgans wird. Ich glaub, warum das wichtig ist, über das hab ich, äh, viel geredet, und das gilt es jetzt, ähm, äh, zu vertiefen. Aber ich möchte nur, gibt's nur noch drei Minuten, um ein paar Hinweise, äh, zu geben. Zum Beispiel, äh, äh, wir brauchen Leserbriefe. Lenin sagt, eine Arbeiterzeitung lebt davon, politische Informationen aus der Klasse, aus der Jugend zu kriegen. Und ich sag's euch, äh, das ist enorm wichtig, äh, dass wir ein gutes Zentralorgan rausgeben können. Wenn zum Beispiel diese zwei Anekdoten, äh, dass man eine Taxifahrt geschenkt kriegt, und dass man 25% Discount kriegt, wählen wir in Solidarität mit Palästina, dann ist das ein Aus, und wenn zwei solche Berichte, und drei und vier solche Berichte uns erreichen, dann gibt es uns einen Indikator, wie die Stimmung in der Klasse tatsächlich ist. Wir kriegen das nirgendwo her. Wenn die Genossen sagen, ja, bei uns in der Bank, auf einmal haben die linken Listen fünfmal mehr Stimmen, und auf einmal wird diskutiert in der Betriebsversammlung, und es gibt eine Spaltung zwischen dem alten Betriebsrat und der jungen Arbeit. Ich sag, ja, und warum schreibst du das nicht? Der ist ja nicht so interessant. Ist ja nicht so interessant. Aber der Punkt ist, wie kriegen solche Berichte aus fünf, sechs Leuten zufällig? Aber wenn wir fünf, sechs solche Berichte haben, dass Betriebsversammlungen so stattfinden, dann zeigt das eine wechselnde Stimmung in der Arbeiterbewegung an, die wir missen müssen. Das heißt, es ist völlig normal für Genossen, Berichte zu schreiben, Leserbriefe, und auch wenn sie nicht veröffentlicht werden, helfen sie uns, unsere Politik gut zu machen. Es ist wichtig, immer das Zentralorgan in der Hand zu haben. Ich denke wieder an diese Encampments. Wir haben wirklich eine wichtige, praktische Rolle gespielt. Zum Beispiel in der Durchsetzung, dass diese Vorlesung eröffentlicht wurde. Unsere Hardware, unser Lautsprecher, und die Genossen haben, sowohl materiell hat diese Organisation, als auch physisch diesen Lautsprecher irgendwie gegen die Unisecurities verteidigt. Aber Genossen, ihr müsst die Zeitung in der Hand haben. Ihr müsst auch die Zeitung verkaufen. Ihr könnt nicht nur eine praktische Aufgabe übernehmen für die Bewegung. Die Leute, diese 200 Leute drumherum, müssen sehen und erkennen, dass es die organisierten Kommunisten sind, die die Bewegung praktisch voranbringen. Und der Grund, warum sie die Bewegung praktisch voranbringen können, weil sie organisierte, revolutionäre Kommunisten sind. Es ist enorm wichtig. Man darf nicht hier eine falsche Bescheidenheit gegenüber der Bewegung haben. Und ich erwarte mir, dass diese Debatte so geführt wird, dass jeder ein tiefes, philosophisches, politisches Verständnis dafür hat, warum wir eine ZO irgendwie herausgeben und sich selbst die Fragen stellt und die Fragen hier aufwirbt, was es braucht, um eine wirkliche Agent des Zentralorgans zu werden. Weil in jeder Hinsicht, auf der OG, in der Bewegung, in den Spezialisierungen, die hier beitragen, wir brauchen auch Spezialisten, um spezifische, gute Analysen zu machen. In jeder Hinsicht, das wird entscheidend sein, um zu den 500 zu kommen und dann wirklich eine Kampfpartei der Klasse zu werden. Es geht einfach darum, dass wir dieses ZO pushen. Applaus